Ja, hallo, schönen guten Tag. Hier ist die Jutta. Ich wollte euch mal heute eine meiner Webseiten zeigen. Ich habe Vergleichswebseiten und Ratgeberberichte drauf. Mittlerweile sind es schon fast 400.000 Produkte. Auf der Seite hier löwenvergleich.de ist eine meiner Webseiten. Da gibt es dann die ganzen Kategorien, also Auto, Motorrad, Bekleidung, Spielzeug und wie ihr seht hier noch jede Menge weitere Kategorien. Hier in der Mitte kann man dann nach seinem Vergleich suchen oder man geht direkt in die Kategorie. Zum Beispiel gehen wir jetzt einfach mal, was ist aktuell wichtig? Beauty. Gehen wir mal in Beauty rein. Da haben wir immer preisaktualisierte Angebote und es werden immer die Bestseller und die absoluten Testsieger gezeigt. Hier in der Kategorie Beauty haben wir jetzt die ganzen Kategorien, also die ganzen Produkte aufgeführt, für die wir Ratgeberberichte haben. Aber jetzt sucht man ja aber speziell zum Beispiel mal nach Corona, Virus, Masken. Ne, wie heißt es nicht Masken? Wie heißen die? Mundschutz, Entschuldigung. Ja, gut, sieht aus wie eine Maske. Schauen wir mal, was hier dabei rauskommt. Mundschutz, Fußball, Adi, Laufen, Mundschutz, Atmen, der soll schon atmungsaktiv sein. Da, gucken wir mal, was da für Ergebnisse rauskommen. Hier erscheint dann jetzt unsere Vergleichstabelle. Ja, das sind jetzt aber nicht die Mundschutz. Ja, das ist zum Laufen der Mundschutz. Hier werden praktisch jetzt die besten Artikel angezeigt. Von Platz 1 bis Platz 10 immer. Und dann haben wir natürlich hier die Links mit dem direkten Kaufbutton, entweder bei Amazon oder nach Ebay. Und dann eben hier die ausführlichen Ratgeberberichte, wo das, äh, ja, Rat-Tipps zum Einkauf gegeben werden und die Produkte nochmal ein bisschen erklärt werden. Und eben alle Test-Sieger und Bestseller hier aufgeführt werden. Ja, das sind unsere Vergleichs-Webseiten. Wer Interesse daran hat, auch Vergleichs-Webseiten für sich, für sein Business zu nutzen, der kann sich gerne an mich wenden. Dann gebe ich ihm Tipps, wie er das aufbaut. Und dann gehen wir mal hierbei, ja, in Bücher rein. Also, wie gesagt, es sind mittlerweile fast 400.000, ähm, aber es werden immer mehr. Es kommen also laufend die neuesten Produkte dazu. Hier haben wir von A bis Z, ich glaube, ich gehe mal schneller durch, an der Seite. Äh, jede Menge Fantasy und Magie zum Beispiel. Klicken wir da mal drauf. Wenn die ganzen, äh, Produkte aus den Kategorien, also Produkte sind noch viel mehr drin als diese Kategorien hier. So, dann haben wir hier die Produkte, die Fantasy-Produkte. Da ist zum Beispiel die Zwölf Häuser der Magie, Schicksalswächter. Wenn ihr das anklicken wollt, dann ist das natürlich auch möglich. Dann kommt man direkt zu dem Artikel, zum Beispiel jetzt bei Amazon. Und kann sich da die weiteren Produktinformationen ansehen. Und schaue ich mal bei Ebay, ob das Produkt bei Ebay auch vorrätig ist. Ja, das gibt es also zum Beispiel auch bei Ebay. Also, da hat der User dann die Wahl, ob er es bei Ebay oder bei Amazon sicher holt. Also, ich finde, die Webseiten sind einfach super. Das ist eine super Erleichterung für den Kunden, der schnell, äh, die richtigen Produkte für sich finden will. Deswegen kann ich jedem nur unsere Webseiten empfehlen. Hier unten habe ich dann unsere Netzwerklinks. Hier Julian Network. Da kommt man dann direkt in unser Netzwerk. Kann ich auch nochmal kurz machen. Unser gesamtes Angebot wird hier aufgeführt. Ja, der Computer ist heute nicht der Schnellste. Leidet auch unter Coronavirus. Oh, schlimm dieses Virus. Ich, oh, ich darf gar nicht dran denken. Ja, das ist dann unsere Julian Network Webseite. Da haben wir zum Beispiel jetzt 30 Jahre Firmenjubiläum dieses Jahr. Muss ich nochmal aktualisieren. Das passiert immer nur hier bei mir auf dem Browser. Obwohl ich hier den Google Chrome Browser nutze. Aber hier zum Beispiel, das sind diese 3D-Bilder, die bewegen sich halt. Hier könnt ihr eure Gratis-Webseite anfordern, wenn ihr die haben möchtet. Hier geht es zu meinem YouTube-Kanal. Und hier geht es direkt zu meinem Online-Marketing-Business, zu den Marketing-Tools. Und hier sind praktisch meine ganzen Vergleichs-Webseiten aufgeführt. Da sind meine Angebote, worüber ich Coaching anbiete. Dann biete ich hier die beste Buchhaltung. Wirklich, ich kann sie jedem nur wärmsten empfehlen. Mache auch gerne ein Coaching dafür. Und hier kann man sich dann direkt über den Link, muss man nur hier draufklicken, dann kommt man direkt in das Tool und kann sich hier 30 Tage lang kostenlos alles ausprobieren. Also wie gesagt, da mache ich auch ein Coaching. Dann hier noch ein weiterer Shop von mir. Mit einem großen textilen Angebot. Könnt ihr euch auch die Artikel durchgucken. Die haben tolle Sachen. Dann biete ich natürlich den besten Hoster der Welt an. Das ist All Inkel. Könnt ihr euch hier rüber anmelden. Telekom ist auch für mich die beste Verbindung. Habe ich auch hier einen Link. Und wer SEO-Marketing machen möchte und da mehr Erfolg haben möchte, habe ich hier einen super Tipp. Auch da könnt ihr von mir ein Angebot anfordern. Dann biete ich über 8.000, mittlerweile sind es auch fast 10.000 Produkte, digitale Produkte, also E-Books, Videos, Grafiken, Templates, Software, es ist alles mögliche dabei. Mit Master Resell Rights, Private Label Rights, natürlich auch mit Personal Use Rights. Das könnt ihr hier erwerben. Die lebenslange Lizenz. Und was ich euch auch noch empfehle, sind Pressemitteilungen. Da habe ich hier ein tolles Angebot. Ich veröffentliche eure Pressemitteilungen in 100 bis 200. Das ist immer unterschiedlich, weil die Presseportale letztendlich entscheiden, ob sie eure Pressemitteilungen empfehlen oder nicht. Also schwankt das immer zwischen 100 und 200. Manchmal sind es auch mehr. Aber sagen wir mal, in der Regel sind es so 120, 130. Da könnt ihr euch auch mein Angebot anfordern. Ja, hier ist mein Kontaktformular. Das füllt ihr dann gerne aus. Freue ich mich. Ja, und dann habe ich hier, ich biete auch Affiliate an. Also, hm, hm. Zum Beispiel hier. Wenn ihr die Master, äh, also die Reseller Produkte kauft, gibt es die Möglichkeit dafür auch Affiliate zu werden. Dann wäre hier der Affiliate-Login. Und ein ganz besonderes Angebot habe ich hier unten noch. Ein Lifestyle-Bonus-Programm. Da kann man sich an einem Autoprogramm beteiligen. Also ganz toll. Da könnt ihr auch die Infos hier anfordern. Und wie gesagt, wenn ihr Informationen, also mein Newsletter haben möchtet, könnt ihr euch hier kostenlos anmelden. Den versende ich allerdings, äh, in unregelmäßigen Abständen. Da gibt es dann immer spannende News von mir. Aber wie gesagt, ihr könnt euch auch hier oben in meinen, äh, YouTube-Kanal, äh, einloggen. Oder braucht ihr nur draufklicken, dann kommt, äh, kommt ihr in meinen YouTube-Kanal. Das ist praktisch jetzt, ähm, ja, eigentlich im Moment mein aktueller Newsletter, weil ich da immer die tollen Informationen veröffentliche. Hier oben habe ich auch noch eine Community. Und was ich gerne machen möchte, das ist ein Zukunftsprojekt. Ich möchte einen Verein Buntes Deutschland gründen. Ähm, da brauche ich aber noch, äh, Leute, die da mitmachen möchten. Also wer da Interesse hat, einfach, äh, das Kontaktformular ausfüllen und sich bei mir melden. Okay, bis dann. Tschüss. multiple drinnen Das ist tief